Auf die Plätze, fertig, los! Juri, sicher nicht so viele Treffer wie oft, woran hat es gelegen? Es lief dann doch nicht so, wie wir es uns vielleicht ausgemalt haben, wir haben es ein bisschen vorher geübt und beide haben es mal probiert, aber als die Kamera dann an war und der Wettkampf losging, lief es nicht so gut, aber mein Gott, wir haben wenigstens keine Nuller-Runde absolviert und deshalb ist es noch ganz in Ordnung. Also trotzdem ein klein bisschen Zufriedenheit? Ein klein bisschen auf jeden Fall, geht immer mehr, aber es war in Ordnung, war ganz gut gemacht. Naja. Zumindest mit ihrer Zeit können Juri Knorr und Max Starr zufrieden sein, denn bisher war kein Team schneller als die beiden Mindener. Mit zwei Treffern reicht es aber dann doch nur zum elften Platz in unserer Club-Challenge-Wertung. Bis zum nächsten Mal. na Pent burns morg 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 com